Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Forza Horizon 4 News, dem Newsformat zu Forza Horizon 4. Und heute am 7. Mai gab es auch wieder einen Monat-Stream live aus England von Playground Games bezüglich der neuen Inhalte, die uns in Serie 9 in Forza Horizon 4 erwarten werden. Darunter kann ich jetzt schon einmal vorwegnehmen, werden uns sieben neue Fahrzeuge begegnen. Wir werden einen neuen Online-Gameplay-Modus bekommen, aber wir werden auch eine neue Horizon-Story sehen. Doch dazu gleich mehr in diesem Video. Zur einen Information kann ich aber schon einmal vorwegnehmen, falls ihr euch erwartet, das Update sei heute schon zur Verfügung oder ihr hofft, dass es gleich in den nächsten Stunden auch kommen wird, kann ich euch schon einmal vorwegnehmen. Es wurde nur gesagt, das Update kommt in den nächsten 24 bis 48 Stunden. Das bedeutet, am Mittwoch, dem 8. Mai, spätestens jedoch am Donnerstag, dem 9. Mai, wird das Update im Laufe des Tages zur Verfügung stehen. Und hier seht ihr nun einmal die Übersicht über die Streaming-Inhalte, die heute thematisiert wurden. Und natürlich werden wir alle einzeln durchgehen, bis auf das Thema der Fotoslideshow. Denn, ja klar, die Fotos kann sich jeder gerne im Livestream selbst noch einmal anschauen. Ich werde diesen unten in der Videobeschreibung verlinken, falls ihr noch einmal ausführlich in den englischsprachigen Stream schauen wollt. Doch nichtsdestotrotz, alle kurzen Informationen und alles, was euch erwarten wird, bekommt ihr natürlich hier in diesem Video jetzt von mir mitgeteilt. Und bevor wir gleich zu den einzelnen Punkten auf der Übersichtstabelle kommen, kommen wir zu einem Punkt, den nun viele wahrscheinlich vermissen werden, und zwar die zweite Erweiterung in Forza Horizon 4. Angekündigt für das erste Halbjahr 2019 lässt die zweite Erweiterung in Forza Horizon 4 noch immer auf sich warten und es wurde nur gesagt, dass diese sich noch gerade in Arbeit befindet. Das bedeutet, in diesem heutigen Stream gab es keinerlei Informationen dazu, wann die zweite Erweiterung exakt rauskommen wird, beziehungsweise wo sich diese abspielen wird. Es gibt nun zwei Theorien, da das erste Halbjahr sehr, sehr bald enden wird. Mit Ende Juni ist das erste Halbjahr schließlich vorbei. Es könnte nun entweder in einem separaten Stream in den nächsten drei bis vier Wochen angekündigt werden, beziehungsweise was ich für etwas wahrscheinlicher halte, auf der E3 der Spielemesse wird es wahrscheinlich Anfang des nächsten Monats dann den großen Trailer geben und kurz darauf wahrscheinlich den Release der zweiten Erweiterung. Ich gehe nicht davon aus, dass wir wesentliche Informationen deutlich früher erhalten werden, da man sich wahrscheinlich den Showmoment aufheben möchte, eben für die Spielemesse. Und damit kommen wir aber nun zum ersten Punkt, den neuen Fahrzeugen in Serie 9. Und das Cover-Car sozusagen für Serie 9 und auch dieses Videos ist natürlich der Apollo Intensa Emotione. Und bevor gleich massenweise die Fragen aufkommen werden, wie kann ich den Apollo Intensa Emotione freischalten und vor allem wann, will ich euch das natürlich auch gleich einmal zeigen. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht für dieses Fahrzeug. Die gute Nachricht ist dabei, dass ihr das Fahrzeug freischalten könnt, ohne dass ihr Echtgeld bezahlen müsst. Aber die schlechte Nachricht ist, ihr braucht auf jeden Fall eine Internetverbindung und ihr müsst euch durchprügeln mit einem Xbox Live-Abo, beziehungsweise mit anderen Online-Spielern beim Trial-Event. Und damit zur zweiten schlechten Nachricht, das Fahrzeug wird erst im Frühling der Serie 9, also erst in vier Wochen, zur Verfügung stehen. Und ihr müsst natürlich gegen unschlagbare Driver-Tage mit eurem Online-Team gewinnen. Und ich weiß, dass dieses Event häufig einige Frustrationen mit sich bringen wird. Und ich bin mir sicher, darüber werden sich nur noch einige ärgern, wenn sie wissen, wie das Fahrzeug freigeschaltet werden wird. Zwei Randnotizen noch zum Apollo Intensa Emotione. Es ist übrigens ein Rechtslenker-Fahrzeug, falls ihr das eben auf dem Bild noch nicht gut erkennen konntet. Und der Wagen wird übrigens den höchsten Downforce aller Fahrzeuge im Spiel erzeugen. Das bedeutet, wenn ihr den Spoiler auf maximalen Abtrieb stellt, gibt es kein Fahrzeug, was vergleichbar so viel Downforce erzeugt wie der Apollo IE. Und damit kommen wir zu den weiteren Fahrzeugen, zum Beispiel dem Maserati MC12 GT1 von 2008, sowie drei neuen Mini Cooper Fahrzeugen, unter anderem ein John Cooper Works Buggy, ein Cabrio und noch einmal der Countryman von 2018. Und es gibt noch von Morris von 1965 den Mini Traveller, den ihr hier rechts oben im Bild sehen könnt. Das bedeutet, wir haben jetzt schon sechs Fahrzeuge zusammen mit dem Apollo Intensa Emotione, die uns in der neuen Serie begegnen werden. Doch es gibt noch ein weiteres Fahrzeug, das ich euch gleich einmal hier in der Kachelübersicht zeigen werde. Und auch dieses könnt ihr über den Saisonfortschritt freischalten. Und zusammen mit dem Buick GSX von 1970 sind es insgesamt sieben Fahrzeuge, die wir in der kommenden Serie freischalten können im Verlauf der nächsten vier Wochen. Und damit kommen wir einmal zur Übersicht, wann und wie ihr diese Fahrzeuge genau freischalten könnt. Bereits in der ersten Saison könnt ihr den Morris Traveller freischalten. Das Fahrzeug ist bei 50% Saisonfortschritt zu bekommen und damit natürlich ohne Online-Verbindung für euch freizuschalten. Anschließend geht es etwas spannender weiter, denn danach wird im Herbst der Maserati MC12 GT1 freizuschalten sein. Ebenfalls bei 50% und damit ohne Online-Verbindung für jeden zu bekommen. Bevor es dann im Winter weiter geht, ebenfalls bei 50% wieder der Mini-Countryman und ganz zum Abschluss wird es dann auch im Frühling, wie eben schon angekündigt, über den Reward, also über eine Belohnung beim Trial Event, den Apollo Intensa Emotionen geben. Sowie den 1970er Buick GSX, den wir eben in der Kachelübersicht zuletzt schon einmal gesehen haben. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt auf der Übersichtstabelle, denn es geht weiter mit dem Custom Adventure Modus. Das ist ein neuer Online Gameplay Mode, der es euch erlaubt, online ein ungewertetes Abenteuer zu erstellen, indem ihr selbst bestimmen könnt, ob ihr Rennen fahren wollt, ob ihr quasi, ja, dort rennen, Straßenrennen oder ob ihr dort zum Beispiel querfeldeinrennen haben wollt oder alles gemischt. Und ihr stellt ein, welche Fahrzeugklasse daran teilnehmen darf, ob es Kollisionen geben soll, also ihr könnt sie ein- oder ausschalten und ob es dazwischen die Freifahrtjagd geben soll oder eben nicht. Das bedeutet, ihr selbst könnt das Rennen oder das ganze Abenteuer nach euren Vorstellungen anpassen, allerdings denkt daran, es ist im nicht gewerteten Abenteuerbereich, das bedeutet, ihr könnt euren Liga-Rang dadurch nicht verbessern. Im engen Zusammenhang mit den Online-Modi gibt es übrigens auch eine sehr erfreuliche Neuerung und zwar den nächsten Punkt, das Wallriding wurde endlich gefixt und auch ein neues Kollisionssystem wurde eingeführt, das ein sofortiges Ghosten ermöglicht, sobald euch ein schnellerer Spieler rammen möchte bzw. ihr eventuell zu schnell seid und eben euch ausbremsen möchtet an anderen Spielern. Und dazu gibt es hier einmal zwei Screenshots, welche Funktionen neu eingeführt wurden. Mit dem neuen Update wird es nämlich nicht mehr möglich sein, Wallriding zu betreiben, wie es bisher möglich war, denn das neue System wird nun erkennen, wenn ihr die Mauer nicht nur leicht touchiert, denn dadurch wird nichts passieren, sondern diese aktiv nutzt, um euch gezielt um die Kurve herum zu lenken bzw. euch einen Vorteil verschaffen wollt, dadurch, dass ihr nicht abbremsen müsst. Sobald ihr dann nämlich die Mauer sehr deutlich nutzt zum Wallriden, werdet ihr heruntergebremst und gleichzeitig geghostet, somit ist es nicht möglich, andere praktisch damit zu behindern bzw. ihr könnt euch keinen Vorteil verschaffen, weil ihr eben ausgebremst werdet. Des Weiteren und in enger Verbindung mit dem Wallriding stehenden gibt es noch ein weiteres System, das nun zukünftig das Rammen bzw. gerammt werden vermindern soll und zwar gibt es ein System, das erkennen soll, wenn zwei Fahrzeuge starke Geschwindigkeitsdifferenzen zueinander aufweisen, dann wird das schnellere Fahrzeug geghostet und damit ist es nicht mehr möglich, z.B. für schnellere Spieler, den langsamen Spieler z.B. als Bremse vor Kurven zu nutzen bzw. diesen gezielt von der Strecke zu schießen, da der schnellere Spieler dann sofort geghostet wird und fährt quasi durch das langsamere Fahrzeug hindurch. Dagegen ist es z.B. für euch, wenn ihr als Betroffener auf einen Massencrash zufahrt und würdet sonst stark abgebremst werden, auch möglich nun dorthin durchzufahren, da ihr dann das schnellere Fahrzeug seid und ihr seid dann praktisch geghostet und könnt ohne weitere Folgen, z.B. durch Massenkarambolagen einfach hindurchfahren. Allerdings solltet ihr dabei im Hinterkopf behalten, dass dieses System nur eingreifen wird bei stärkeren Geschwindigkeitsdifferenzen, das bedeutet, wenn die Karosserien etwa, gleiche Geschwindigkeiten fahren und jemand möchte euch von den Checkpoints wegdrängen bzw. von der Ideallinie abhalten, dann wird dieses weiterhin durch RAM möglich sein. Es geht lediglich darum, die starken Kollisionen zu vermeiden, die gezielt ausgenutzt werden, um euch von der Strecke zu schießen bzw. um eben nicht bremsen zu müssen und euch als RAM-Box sozusagen eben nutzen zu können. Und damit gelangen wir zum nächsten Punkt auf unserer heutigen Agenda und nach dem Wallriding ist das die neue Horizon-Story mit dem Namen Car Files. Diese umfasst wohl eine Art Versicherungsagentur und ihr tretet in die Rolle eines Versicherungsgutachters, wenn ich das richtig aus dem Stream heraushören konnte, genauer zu sein, in der Rolle eines neuen Charakters in Forza Horizon 4 und zwar einem deutschen Ingenieur, der praktisch diese Versicherungsfälle der einzelnen Kapitel überprüfen soll, hinsichtlich ihrer Machbarkeit und es soll wohl hier nicht immer einfach sein, die einzelnen Story-Missionen zu absolvieren. So soll es unter anderem etwas unorthodoxe Wege geben, um die Missionen zu lösen, um die drei Sterne erhalten zu können. Natürlich wurde, um die Spannung zu erhalten, nichts im Trailer bzw. im Stream weggespoilert. Das bedeutet, die schwierigen Missionen sind jetzt immer noch nicht bekannt und ihr werdet euch natürlich da auch irgendwo überraschen lassen müssen. Allerdings kann ich mir sehr gut vorstellen, hierfür für euch ein Let's Play zu machen und vielleicht die schwierigen Missionen bzw. alle Missionen mit euch gemeinsam durchzugehen, um diese auch zu erklären. Es wurde allerdings im Stream schon einmal genannt, dass die einzelnen Missionen euch auch angerechnet werden auf den saisonalen Fortschritt. Das bedeutet, jede abgeschlossene Mission führt zu einem Fortschrittsziel in dem Saisonfortschritt und kann dazu auch führen, dass ihr das 50 bzw. 80% Fahrzeug eben schneller freischalten könnt, wenn ihr zusätzlich die Horizon Story absolviert. Schreibt mir dazu einmal in die Kommentare, ob ihr Lust habt, dass wir diese Story vielleicht gemeinsam in einer Art Let's Play dann durchgehen und ich dazu ein paar Kapitelfolgen mache, damit wir vielleicht auch die gemeinsamen Rätsel oder vielleicht auch die kniffligeren Aufgaben lösen und ich vielleicht einen einen oder anderen Tipp oder Trick geben kann, wie diese Story-Mission leichter absolviert werden kann. Und damit kommen wir zum vorletzten Punkt auf der heutigen Agenda, den Audio-Updates. Und zunächst einmal wurde erklärt von Playground Games, wie aufwendig überhaupt die Audio-Modellierung ist bei verschiedenen Fahrzeugen und welcher Aufwand betrieben wird oder werden muss, um die Fahrzeugsounds korrekt auffangen zu können. Dabei wurde mitunter vom Senior Designer für den Sound erklärt, wie aufwendig es teilweise sein kann, manche seltene Fahrzeuge überhaupt erst real vertont ins Spiel zu bekommen und welcher Aufwand dahinter steht, um eben diese teilweise im Privatbesitz befindlichen Fahrzeuge überhaupt erst mal zu einem vereinbarten Flugplatz zu bekommen und dann entsprechend auch dazu bewegen zu können, dass sie bis an die Grenzen gefahren werden. Und hier sind doch einige Bedingungen mehr zu erfüllen, als man vielleicht so auf den ersten Blick oder das erste Gehör vielleicht denken mag. Denn unter anderem ist es so, dass der Flugplatz eben nicht unbedingt sofort geeignet ist, da vielleicht gewisses Geröll auf dem Boden liegt und das Fahrzeug dann eben Nebengeräusche erzeugt durch Steinschläge in Rathäusern und so weiter. Dann zählt das Wetter eben dazu, wie zum Beispiel schlechte Witterungsbedingungen, die ja in England eben durchaus häufiger mal der Fall sein können, dass es eben regnet und dann das sehr laute Regengeräusch vom Asphalt eben mit aufgenommen werden würde. Es gibt unter anderem auch Probleme, laute Fahrzeuge auf manchen Flughäfen eben aufnehmen zu können. So ist es durch die Lärmrestriktionen zum Beispiel nicht möglich, an jedem Flughafen jedes Fahrzeug aufnehmen zu können und daher ist es eben doch teilweise sehr, sehr aufwendig und mit langwierigen Verhandlungen verbunden, bis man letztendlich einen Fahrzeugsound wirklich ins Spiel bekommt. Und hier ist es auch so, dass man einen erheblichen Aufwand betreibt, um die Fahrzeuge am Ende so realistisch klingen zu lassen, wie es eben nur möglich ist. Zumindest gilt das für die Fahrzeuge, die tatsächlich auch zur Verfügung gestanden haben auf den Flugplätzen und so ist es zum Beispiel, dass man an fünf verschiedenen Audioaufnahmequellen dann am Ende den Fahrzeugsound zusammenmischt, den ihr später im Spiel habt, je nachdem, welche Kameraperspektive ihr gerade einnehmt. So gibt es zum Beispiel ein Mikrofon, das an der Heckseite angebracht wird, um den Auspuffsound aufzunehmen. Dann gibt es eben das Motoransauggeräusch, das gerade bei Turbo- oder Kompressoraufgeladenen Fahrzeugen von großer Bedeutung ist. Daneben gibt es eben das typische Motorgeräusch an sich noch einmal und es gibt zwei Mikrofone, die im Innenraum des Fahrzeugs in der Cockpitperspektive aufnehmen und damit dann, je nachdem, welche Perspektive ihr im Spiel später einnehmt, unterschiedliche Sounds erzeugen. Daneben werden auch Drive-By-Geräusche aufgenommen, also Geräusche, die dieses Fahrzeug erzeugt, wenn es eben vorbeifährt. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn dieses Fahrzeug natürlich im Spiel an euch auch nur vorbeifährt beziehungsweise wenn ihr gemeinsam Rennen mit Gegnern fahrt, die eben diese Fahrzeuge fahren, denn auch der Vorbeifahr-Sound ist von einer großen Bedeutung und damit sieht man vielleicht auch, welche Komplexität in der Aufnahme und Mischung dieser Sounds eben zugrunde liegt. Und ja, am Ende gibt es ein Synthesemodul, ein granulares Synthesemodul, das dynamisch die Fahrzeug-Sounds eben berechnet, je nachdem, in welcher Fahrsituation ihr euch gerade befindet und daher das ganze Erlebnis dann so realistisch gestaltet, wie es eben nur möglich ist. Doch lange Rede, kurzer Sinn, es gibt natürlich auch eine erfreuliche Nachricht für das Serie 9 Update, denn es gibt neue Motor-Sounds bei zwei explizit genannten Fahrzeugen und zwar ist es zum einen der Huni-Truck, der zuvor einen völlig falschen Motor-Sound hatte und nun den richtigen spendiert bekommen hat und daneben wurde ein Sound-Bug gefixt beim Königseck Agera, der nämlich dazu führte, je länger man das Fahrzeug gefahren ist, desto hochgepitchter klang der Motor-Sound. Beides ist nun behoben, darüber hinaus wurden keine weiteren Fahrzeuge explizit genannt, doch ich kann mir vorstellen, so war es schon einmal gewesen, dass weitere Fahrzeuge Sound-Updates bekommen haben, die wir nur herausfinden werden durch aufmerksame Ohren und daher bitte ich euch auch, darauf mal zu achten, ob ihr vielleicht das ein oder andere Fahrzeug hört, das einen verbesserten bzw. eindeutig neuen Motor-Sound verpasst bekommen hat, nach dem Update, das morgen oder übermorgen spätestens zur Verfügung steht. Vielen Dank schon mal dafür. Abschließend standen auf der Agenda noch kleinere Updates und Fixes, wobei ich diese jetzt nicht einzeln alle hier aufzählen werde, sondern separat morgen in einem Community-Tab-Beitrag noch einmal einen Beitrag erstellen möchte, für euch mit der Verlinkung zu den Release Notes und natürlich noch einmal erklären möchte, was die Highlights daraus sind, damit auch kein wichtiges Detail verloren geht. Allerdings handelt es sich hier nur um kleinere Spielverbesserungen, die insgesamt das Spielerlebnis etwas flüssiger für euch gestalten sollen und hier sind eben keine größeren Neuigkeiten mehr versteckt. Und damit sind wir am Ende der heutigen News-Ausgabe angelangt und ich hoffe, ihr habt wieder einen guten Überblick bekommen über alle Serieninhalte der Serie 9 und exklusiven Fahrzeuge sowie Gameplay-Inhalte und wie ihr diese freischalten könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr es mit einem Daumen nach oben bewertet und den Kanal abonniert, falls ihr das nicht schon längst getan habt. Wenn ihr darüber hinaus den Kanal noch weiter unterstützen wollt, könnt ihr auch selbstverständlich gerne auf freiwilliger Basis Kanalmitglied werden und den Kanal gegen einen monatlichen kleinen Beitrag damit zusätzlich supporten. Und damit bedanke ich mich bei euch vielmals fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao!